Grüß euch, ich bin die Susi. Die heutige Adventskalenderspende der Steuerkanzlei Siegel geht an meinen Verein, die Stadtkapelle Wasserburg am Lund. Und Musiker hat Corona heuer richtig ausgebrenzt. Keine Konzerte, keine Auftritte, keine Einnahmen. Darum ist aktuell jeder Euro gefragt für die aufgelaufenen Kosten, speziell für die Jugendausbildung. Vielen Dank also an Thomas für die Spende. Und allen eine schöne Weihnachtszeit.